Er hat eine Aufgabe, eine Aufgabe. Nicht gegen die Sonne gucken. Was macht ihr? Gegen die Sonne gucken. Guck mal, schon mal auf. Immer wenn eine Kamera da ist, steht er in meiner Nähe. Hallo. 3, 2, 1, los. Das beste Mannschaft. Sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, du weißt.